extrem bequeme funktionsunterhose oder eine sehr schicke und extravagante trainingstyle mit der nike pro hyperwarm engineered print bekommst du beides in einem der sehr besondere style und das feine kuschelige material sind die beiden highlights der hose und da der stoff leicht und sehr atmungsaktiv ist eignet sich die hose auch sehr gut zum drunterziehen die funktionsfaser nehmen den schweiß von der haut auf und lassen ihn schnell nach außen verschwinden die elastizität des materials sorgt zum einen für einen hohen tragekomfort und für viel bewegungsfreiheit zum guten sitz der hose trägt aber natürlich auch der breite und elastische bund bei mir gefällt diese hose weil ihr innenfutter sehr weich und angenehm auf der haut liegt die fühlt sich einfach sehr gut an so dass man sie oft und gerne anzieht egal ob du sie als funktionelle unterhose als trainingshose oder gemütliche freizeithose einsetzen möchtest die nike pro hyperwarm engineered print ist auf jeden fall ein gemütlicher und sehr besonderer begleiter und du bekommst sie natürlich über deine runners point filiale oder ganz schnell und einfach hier im online shop unter www.runnerspoint.com